Alles ist nun einsatzbereit. Ich drücke Ihnen die Daumen und sage, Ziehung frei. Ich habe Sie das letzte Mal gefragt, liebe Tipperinnen und Tipper, raushauen oder ansparen für unsere Jubiläumssendung nächsten Samstag. Und wie ich sehe, ich bin sehr erfreut, Sie haben sich fürs Ansparen entschieden. 11 Millionen heute, schön. Freut mich sehr. Ja, und unsere erste Kugel kullert an und das ist die 48. Momentan können sich die einfachen Sechser im Lottogewinner richtig freuen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nach Baden-Württemberg zu 1,4 Millionen Euro. Und Kugel mal zwei ist da und das ist doch glatt die Eins. Und im Spiel 77 haben wir auch ein bisschen angehamstert. Da stehen wir heute bei 2 Millionen Euro. Das ist doch was, wenn Sie das richtige Kreuzchen an der richtigen Stelle gesetzt haben. Kugel Nummer 3 ist die 24. Ja, unser interner Countdown zu unserem kleinen, großen Jubiläum läuft. Kugel Nummer 4 ist auch in den 20ern, das ist die 25. Knapp 66 Jahre ist es her, als die erste Lottoziehung vollzogen worden ist. Damals noch in Hamburg in einem Hotel. Und Kugel Nummer 5 ist die 4. Warum Karin Tietze-Ludwig gar nicht die erste Lottofee war und viele andere interessante Fakten, die verraten wir Ihnen nächsten Samstag bei unserer Jubiläumssendung. Und hier ist die Kugel Nummer 6, ist die 34. So, sechs Glückskugeln, die reichen schon für ein ordentliches Glück. Jetzt drücke ich nochmal die Daumen und sage, Ziehung frei. Zwei Millionen im Spiel 77 und hier, elf Millionen, lachen und winkeln mich von der Seite an. Die brauchen Sie dafür. Aber Sie wissen es, ich bin fürs Hamstern. Unsere Superzahl heute ist die 1. Und dann schauen wir uns alle eben gezogenen Zahlen auf unserem Monitor gemütlich gemeinsam an. Hier sind die Lottozahlen 6 aus 49. 1, 4, 24, 25, 34, 48. Und die Superzahl ist die 1. Lotto 6 aus 49. Spielen beim Original.